so weiter geht's wir haben noch mal punkte zu vergeben die werde ich mir gleich verteilen gut ich muss sagen wir vergeben die wir hier wo die gefahren hier was haben wir noch hier hat schaden nice gefällt mir entschuldigung daran aber so schön wir wollten zur quest gehen die sich hier befindet hier oben die die werden wir jetzt mal machen ich will gerne sehen ob wir jetzt hier eine weniger haben oder nicht nein strecke sie nieder gefährliche meuschelnde eindringlinge bedrohen unsere lande eine bande schändlicher räuber vergeht sich an unserem guten volke verheert die äcker plündert häuser und meuschelt jeden der sich widersetzt gefällt mir machen war so lala das ist weit weg sagen wir gehen hierhin und reisen dann rüber so ich muss da hinten hin unentdeckt bleiben und keinen schaden nehmen ich gebe wieder mein bestes so 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die sind ausgeschaltet, aber wo sind die anderen Vögel? Zeig mir, was vor uns liegt. Das ist der einzige, der noch lebt. Die anderen sind weg. Das war's für heute. Und tschüss. Wir sind auf dem richtigen Wege. Oh, ja. Schön. Noch ein Ding machen und dann sind wir durch. So, als nächstes würde ich mal sagen, gehen wir wieder zum Taubenschlag hier. Und holen uns dort nochmal eine Quest, um den Einfluss zu erhöhen. Oh, die Dinger machen sich gut. So, eine hatten wir jetzt. Die hatten wir noch nicht. Raue Gerechtigkeit. Raue Gerechtigkeit. Der Herr regnet Zorn auf jene herab, die Mord in dieses Land brachten. Ein rauer Geselle, der die Schatten zu Freundin hat, führt dieses Gräuel aus. Jenes Gesicht ist bekannt. Der Kampf wird kein leichter sein. Viel Glück. Schön. Mache ich jetzt. Wo muss ich hin? Ach, nee. Okay. Dann reisen wir da oben hin. So weit im Norden hätte ich es jetzt nicht erwartet, aber okay. Versorgungslager. Das Versorgungslager ermöglicht das Auffüllen von Pfeilen, wenn sich dein Köcher gelehrt und von Mahlzeiten, um dich nach einem schweren Kampf zu stärken. Das ist eine Möglichkeit. Was haben wir noch hier? Hier gibt es noch was. Lagerhaus. Oh, das können wir alles bauen. Im Lagerhaus können Waren besser angeordnet und gelagert werden. Wird es gebaut, erhöht es die Größe deiner Truhe in Difflin. Okay, die machen wir. Also wenn wir schon dabei sind, ne? So, und dann das hier noch. Das heißt, das Ding hatten wir ja fertig dann, ne? Ja. Hier stellen wir ja auch was her. Wo wird das gelagert? Ah, da. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Weiter geht's. Okay, bitte der König. Hier muss ich unentdeckt bleiben und das Ziel töten. Komm, Barion. Oh! Was siehst du, alte Freundin? Angriff, nicht zu viel! exploichts der Freundin hat. Ach so. Man. Die 멤�ive ist durch den Griffen, Ta Bee,292019とか. Man.? Ja, den hier vorne definitiv nicht mehr. Da oben ist nichts. Da habe ich aber noch einen. Scheiße. Okay, die sind nicht so einfach, wie ich das vorgestellt habe. Komm hoch. Also, wenn du hochkommen würdest, wäre gut. Das ist ein ziemlich dicker. Flieg, Freundin. Verschwunden. Verschwunden. Hm. Hm. Scheiße. so scheiße und das nur weil ich daneben gezielt habe dann gehe ich mal besser pflanz ruhm nähert sich königliche aufträge du findest königliche aufträge in taubenschlägen schließe königliche aufträge ab um belohnungen wie handelsposten material irische waren und mehr zu erhalten erfülle während der arbeit an einem königlichen auftrag bitten der könige um zusätzliche belohnungen zu erhalten ok schön ich würde gerne wissen was das jetzt ist handel mit fernen ländern komm das schauen wir uns nochmal an das will ich nur machen auf das das kracht denn ich ich Was ist das? Ähm, Spiel? Hm, hm. Jo, das machen wir jetzt nicht direkt. Das machen wir gleich oder nachher oder später oder zu einem anderen Zeitpunkt. So, was hätte ich denn jetzt noch hier? Kriegen wir zwei, hier kriegen wir eins. Müssen wir aber auch noch verbessern. Schauen wir uns das mal an, ob wir da jetzt genug haben, um das mal eine Stufe höher zu bringen. Ah, leider nicht. Was, 220? Nein. Draußen ist ja auch nichts, oder? Nein, hier gibt es auch nichts. Okay. Ich würde mal sagen, das war es für diese Folge und wir sehen uns dann ja gleich in der nächsten. Bis dann, tschüss.